Der obere Groß Hartmannsdorfer Teich Der obere Groß Hartmannsdorfer Teich ist Bestandteil der Revierwasserlaufanstalt Freiberg. Auch wenn sich sein historischer Name gehalten hat, ist der Teich aufgrund seiner Größe eigentlich eine Talsperre. Die erste urkundliche Erwähnung des oberen Groß Hartmannsdorfer Teiches stammt aus dem Jahr 1590. Damals sollte in Groß Hartmannsdorf ein Teich angelegt werden, um die Wasserkraftmaschinen des Freiberger Bergbaus mit Energie zu versorgen. Es wird allerdings vermutet, dass der Teich bereits vor seiner bergbaulichen Nutzung als Mühl- und Fischteich bestand. Zwischen 1591 und 1593 wurde er für den Bergbau ertüchtigt. Anfangs erhielt der Teich nur geringe Zuflüsse aus dem Groß Hartmannsdorfer Dorfbach. Mit dem Bau des Oberseider Kunstgrabens und der gleichnamigen Rösche, wasserführender Stollen, zwischen 1603 und 1607 konnte der Kunstteich nun auch aus dem Seidenbach und später aus der Flöher gespeist werden. Ausbau und Sanierung Um seine Speicherkapazität zu vergrößern, erhöhte man den Damm zwischen 1778 und 1782 um mehr als vier Ellen, 2,26 Meter. Dadurch wurde er jedoch undicht. Deshalb erfolgten mehrere Untersuchungen ohne Ergebnis. Die Ursache entdeckte man erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei einer Erdrutschung. Bei der Dammerhöhung 1782 hatte man das Dammmaterial aufgeschüttet, ohne vorher den Rasen und den Teichsand zu entfernen. Dadurch war eine wasserdurchlässige Schicht entstanden. Nach den umfangreichen Umbauarbeiten 1890, 1891 und 1910 traten solche Schäden nicht mehr auf. In den Jahren 2000 bis 2004 wurden das Dammbauwerk und die technische Ausrüstung auf den neuesten Stand gebracht, sowie an neue wasserwirtschaftliche Aufgaben angepasst. Heutige Bedeutung Der obere Groß Hartmannsdorfer Teich ist eine Trinkwassertalsperre mit einer sehr großen wasserwirtschaftlichen Bedeutung. Dem Teich wird über die obere Revierwasserlaufanstalt Wasser aus der Talsperre Rauschenbach zugeführt. Über eine 2001 errichtete Rohwasserüberleitung kann es zur Talsperre Lichtenberg geleitet werden, welche den Freiberger Raum mit Trinkwasser versorgt. Bei Bedarf kann das Wasser zur Versorgung des Großraumes Dresden und Freital, aber auch in Richtung Osterzgebirge gepumpt werden. Baden und Wassersport in der Trinkwassertalsperre sind nicht erlaubt. Der Teich wird als Fischaufzuchtgewässer bewirtschaftet. Seit 2002 ist er zudem als Teil eines europäischen Naturschutzgebietes des Flora-Fauna-Habitats Freiberger Bergwerksteiche besonders geschützt. Die Revierwasserlaufanstalt Freiberg und das UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge Kruschnohori Die Revierwasserlaufanstalt Freiberg ist ein über mehrere Jahrhunderte gewachsenes Wasserversorgungssystem. Es besteht aus einem weit verzweigten Netz aus Röschen, wasserführende Stollen und Kunstgräben, die insgesamt etwa 70 Kilometer lang sind und zehn Teiche miteinander verbinden. Das System hat seinen Ursprung im Freiberger Silberbergbau. Im Jahr 1168 wurde im Freiberger Raum Silber entdeckt. Sofort setzte das Berggeschrei ein, das viele Bergleute in das bis dahin nahezu unbesiedelte Erzgebirge brachte. Das oberflächennahe Silbererz konnte anfänglich ohne viel Aufwand gewonnen werden. Ab dem 15. Jahrhundert mussten die Bergleute jedoch immer tiefer graben, um Bodenschätze zu finden. Dabei stießen sie auf Grundwasser. Die Gruben wurden mithilfe von Wasserknechten entwässert. Später nutzte man dafür Pumpen, die durch Wasserkraft angetrieben wurden. Aufgrund von Wassermangel drohte im 16. Jahrhundert das Ende des Freiberger Bergbaus. Auf kurfürstlichen Befehl begann 1558 der planmäßige Ausbau eines Wasserspeicher- und Zuführungssystems für das Freiberger Berg- und Hüttenwesen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde 1684 die kurfürstliche Stollen- und Röschenadministration gegründet, die als Zentralbehörde die Wasserbedürfnisse des Bergbaus und der Stadtbevölkerung in Einklang bringen sollte. Um 1900 wurde der Freiberger Silberbergbau durch die Einführung der Goldmark als offizielle Währung und Importe aus Übersee jedoch unrentabel, sodass er bis 1914 komplett eingestellt wurde. Die Revierwasserlaufanstalt Freiberg bekam neue Aufgaben. Sie wurde von nun an zur Trink- und Brauchwasserversorgung, Fischzucht und Energiegewinnung weiter betrieben. Heute versorgt die Revierwasserlaufanstalt die Regionen Freiberg, Chemnitz und Dresden mit Trink- und Brauchwasser. Sie ist Teil des Talsperrenverbundsystems Mittleres Erzgebirge-Osterzgebirge. UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge Kruschnohori Seit 1980 steht die Revierwasserlaufanstalt unter Denkmalschutz. Seit 2019 gehört sie als Teil der Bergbaulandschaft Freiberg zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge Kruschnohori. Der Bergbau brachte in Sachsen und Böhmen eine einzigartige Kulturlandschaft hervor, die bis heute überall im Erzgebirge sichtbar ist. Viele historische Bauwerke werden heute noch genutzt. Einzigartig ist auch der grenzübergreifende Charakter der Welterbestätte. 17 der 22 Welterbebestandteile liegen auf sächsischer, 5 auf böhmischer Seite. Von der UNESCO werden weltweit einzigartige Kultur- und Naturgüter von außergewöhnlichem, universellem Wert als Erbe der ganzen Menschheit geschützt und erhalten. Die Welterbekonvention wurde 1972 verabschiedet. Die Welterbeestandteile wurden 1972 verabschiedet. Vielen Dank.